Hey Kriminellen und herzlich willkommen zu Borderlands Entschuldigungsfolge 2. Ja, nee, also es ist Borderlands 2, es ist nicht Entschuldigungsfolge 2. Aber wir sind ein bisschen behindert und deshalb hat sich leider... Du bist ein bisschen behindert, du hast geschnitten und gecuttert. Da war ich zu Hause zu dem Zeitpunkt. Ja gut, okay, also beim Rendern ist halt bei der Folge letztens mit der eigentlich ersten Facecam ein Fehler passiert und das hat es dann halt nur eine Minute 30 lang gemacht von ungefähr 17 Minuten. 33? Ja, deshalb machen wir so extra Content Borderlands, weil es ist halt geil. Haben wir auch schon Nächte mit verbracht. Oh ja, ganze Nächte durchgehen, das ist echt schlimm. Und ja, das ist jetzt eben so eine Art Sorry und wir haben trotzdem noch Content für euch. Genau. Und ich würde sagen, legen wir los, oder? Jawohl. Also Presse halten. Also Presse halten. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht Pech, ich erzähle sie dir. Es begann mit der Kammer. An Alien-Effektions. Zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger in die Kammer öffnen. Fanden jedoch zu ihren Täuschungen nur ein Haufen. Spieltour, okay. Zogen davon. Überzeugt, dass die Kammer keinerlei schätzt. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Eridium. Ein kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an. Auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Eridium zu schürfen. Und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Der Grabung stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden. Und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der Zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Schaden. Die Geheimnisse zur Grund. Meine Lieblingssache. Die anderen Narren. Ich. Wenn sie kamen. Unsere Geschichte beginnt mit Ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. Ich bin Baseball. Ich bin Baseball. Man kamen in Schaden. Ich brin sie zu wenig Jahren. Das была ähnlich. 예. Die ist gestorben. Ihr gått indoor. Knova. filling ist Girl. Ich sente thunder. Das war's für heute. 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 Oh Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Endlich. Das war's für heute. 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 Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das war's für heute. 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 Oh ja. Mit dem Bote drauf. Meload! Boots, junge Boots! Papish! In dein Tren! Ja, Mann! Ich bin in die Presse gekommen, oder in dieängegeholme. Stopp der nicht eine Waffe уже hat? Nein, der durfte überhaupt nicht. Wir sind in der Sörtel 2 dafür. ich hätte gerne eine neue waffe ja schon was du diese verwesungs animationen hier gleich das müsste man nicht noch sehen sogar doch nicht schade die an sie mich gerade so verwest daher ist richtig dumm das ganze spiel ist relativ dumm es macht spaß aber es ist relativ dumm was eine das ist die gleiche bloß mit nur ohne griff doch mit meiner verglichen aber ich mache den schaden wo ist mädchen da hatte größere magazin kapazität ist ein 0,1 ungenauer als die andere aber auch stecken gut jetzt kannst du es noch sagen wo wir hin müssen wo es klappt der buch und soll auch der hundeficker ist außenrum dieser joshi alter ein richtiger hundeficker es gibt diese joshis world ja ich wäre dafür mach auf kläppscher du pissbacken ich fange euch an ich fange euch an den verschiedenen sprachen zu fluchen im ernst wenn man mich jetzt gleich wirklich hört wenn ich da einfach anfangen auf diverse eine schweizfluchen nimmt ist nicht ernst halt dein maul oh 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 ja oh 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 Wenn ich hier ne Knarre leg, krieg ich eine, gell? Die Frau ist WLAN, alter. Ne, CLAN. Alter, ich glaub, die hat ELAN, du. ELAN auf mein Pinot, oder? Ja, Mann. Halt die Schnauze, wir gehen nirgends lang, ich wärs in Loot. Wenn's welchen geben würde, ne, gescheiden. Ähm, hier ist ne dicke Chest. Oh. Ich hab ne Schrotze. Ich wollte haben, egal. Da noch nie. Egal, ich hab ne Pistol. Oh yeah, aber ich hab ne Schrotze. Ja, natürlich hast du ne Schrotze. Einer Kugel im Magazin, super. Was? Ich hab ne Kugel. Egal. Ja, toll, wie soll... BKT mal kurz die Belohnung, gell? Ja, wer macht das? Claptrap ist so ein Hurensohn, ohne Spaß, ey. Das ist so richtiger Yoshi. Es ist so schlimm, ne? Reisen, 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 weg von Claptrap. Oh, ja, endlich begeht man die Reise und das ist 10 Minuten speichert, ey. Es ist so. Die will ich haben. Die kennen wir. Die war so scheiße. Ja, weil so wie sie aussieht, das ist ne AK mit Minigun dran. Ja, das ist die, wo ich hatte, wo so kacke war. Es gibt die auch in Geil. Es gibt immer von... Gibt es auch dein Vater in Geil und deine Ex-Roll in Geil? Nein, also. Ja, aber es gibt da 200 Quadrilliarden Waffen und das wird bestimmt eine geile dabei sein. Nein. Es gibt auch 200 Quadrilliarden Frauen und 90% davon sind hässlich. Oder Huren. Oder gegen dir fremd. Oder und oder Huren, sagen wir es mal so. Da sind wir noch nicht runter. Bauen wir doch gerade so boogiemoons. Boots, Junge. Boots. 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 Headshot. One shot. Nice. What the freaky jub? Ne. Wo ist der springen? Hey, Niko. Geister. Ich töte sie mit meinem M4. Ah, nö. Ah, der Pisser springt. Ich hab ihn aber geholt. Ein Pisser. Boots. 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 das geld und ich mache die one shot ist easy wo die mann ist genau worden das bockt sich sogar ist auf die fresse gesprungen oder was war das junge habe ihn gemacht ein bisschen besser halte als im euro alter wie ich ihn verlegt habe ich dachte mir der kopf geplatzt dann müssen wir glaube ich eine altespringung auf 8.00 machen wobei gibt es doch dringend noch irgendwas zu looten hä gibt es noch irgendwas zu looten? ich glaube nicht gell? doch hier gibt es noch was ok pass auf jetzt kommt was lustiges nein weg da weg da die Tür brennt glaube ich gleich dagegen ja also 9 der sieht voll aus wie so ein Opfer ja sollst du mal seine Brille reparieren ja oh mein Gott muss ich in der schießen nein das ist cool looten 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 was sofort alles looten was geht ne ich glaube einfach um zu schauen ob er noch was ist hey ich bin aufs dach du hast schon eine OP Waffe junge wenn die Waffe finde es genau zu mir ne was wir gesagt haben achso ich muss Hemalock das Auge geben damit der Claptop operieren kann ich habe aber kein Interesse dass Claptop repariert wird warum weil das dumm einfach witziger ist ja weil er einfach allgemein sowieso dumm ist wie Hundescheiße auf dem Gehweg irgendwie erinnert mich das anderen Fall irgendwie erinnert mich das andere Fall guck mal Grafik Fail warte mal darf ihm das Auge raus schießen schon mit der Schrotze was weiß ich nicht als ich dich in Erinnerung bekomme doch zeig was wir uns mit den Crumpson Raiders in Centurary zusammentun auch diesem Gletscher hier hausen ha 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 da runter müssen bitte ne oh ne da hoch fuck hat da oben müssen wir was noch angezeigt oder ja hier gibt's Geld 2$ 2$ ne ne hier wird ja auch was angezeigt da dieses Ding glaube ich oder siehst du auch die Anzeige jo was ist hier warte mal kurz ich muss noch was Level 3 erforderlich hab ich ja auch ja oh ich habe einen Ballast Token für was nehme ich es denn Schusswaffenschaden natürlich hey guck mal da ist Charakteranpassung benutzen und alle danach werden übrigens der sieht cool aus ja warte ich komm grad mal zu dir ich will auch cool aussehen Alter ich will auch aussehen wie cool der Typ kleiner Wäscherei Unfall ne ah ah Gott kann ja auch nochmal ach geht das nehm ich im Stich geleb ich fand das weiß irgendwo das Ding auch wie cool aber ne oder das sieht irgendwie cool aus meiner guck mal der ist blauer Name Mark warte ich den ihn mal Axel Nikolas wirklich es wird nicht vorgeschlagen ach bei mir wird es vorgeschlagen hast du gesehen ja warum sollte ich Skate Punkte zurücksetzen wenn ich noch keine äh falsche Taste ja warum sollte ich Skate Punkte zurücksetzen hab ich was geht nein du hast keinen Skill und du hast auch nie Skill haben jungen oh shit Hilfe ich habe ein Problem ich habe ein Problem ich habe ein Problem ich habe ein Problem ich bin da Alter was geht wie lange hältst du noch durch ich bin lebe schon wieder jetzt jetzt lass mich kill dann nehm ich wieder ok du hast mir wohl scheiße naja egal nehm ich jetzt ähm ähm lebst du mhm noch nicht ich baller gerade ziemlich heftig in diese Richtung und hoffe dass ich einen davon töten kann okay habe ich auch ach ne level up healed ahja stimmt stimmt da war ja was mit level up was das heim tut perfekt und jetzt steht da oben noch so ein Huch und so ein stürb an Ebola Junge Bartz Junge ich bin nämlich Ebola die Person ey Penal äh ich habe hier so eine Knarre gefunden wisch die haben was vorne die hier die ist voll schwach eigentlich welche die hier die macht 23 schaden du seh keine die bei mir in der Hand ist das nicht die die ich auch in der Hand habe jetzt ja oh hier ist noch mehr vorne neue Waffe langsam das ist die alte nur noch wobei müssen wir noch in die Richtung weiter nö ne ne wir müssen woanders hin ist irgendwo hier hoch glaube ich aber wir müssen zu dem alten Sack und den anlabern schon wieder jo aber ich würde mal sagen das war es vorerst mal mit dieser Folge und würde sagen dass wir uns in der nächsten Folge sehen und tschau tschau